Bitte, wie guck, danke, so, jetzt wieder konzentrieren, Freunde, wir müssen uns wieder konzentrieren. Da geht's ja rein. Stimmt, das hat ja, Günther, Video hat das erzählt, da geht's ja noch rein. Jetzt geht mir erstmal diesen blöden Job ab, würde ich sagen. Ich würde gerne den Zug fahren. Panzerlein. Ah, steht immer noch 0,0. Beispiel für die Hörner, für die rechte Seite. Da will sie jetzt auf der rechten Seite schneller. Ah, meine, 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 meine. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Hallo. Könntet ihr aufhören zu lästern über mich, während ich da bin? Dann stelle ich den Teller jetzt mal hin. Da. Hm. 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 Hm, 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 hm. Jetzt haben sie zwei Lästerschmestern gefunden. Leck mich am Arsch. Jetzt geht das Mobbing los. Sei still, sonst kriegst du keine Weiß. Ich jetzt wieder, ja? Immer ich. Wie geil. Ja. Was geht denn? Wie geil ist das. Wir schiefst das. Hat den Film ab. Ja, nee, nee. Ja. Ah. Wie geil ist das. Sais. mein gott bin ich wieder zu hastig heute wo ist mein mülleimer hier ist wieder kein mülleimer doch da ordnung muss ja sein so wir haben wieder 13.000 dazugekriegt 13.000 immer gleich wieder ausgeben können nach auf der 8 die sich gerutscht Ach, ja. Lieber Dispo, du weißt, dass sie das dann auch am Ende abkriegt. Ja, 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 ja. So, wir kurbeln auf und dann geht es weiter Richtung Food Factory Richtung Food Also ein Military mitzunehmen war echt eine große Fehlentscheidung Nein! Och, Menno! Kacke! Aber es gewinnen wir noch, Freunde So, jubelt Hammer Hier ist auch noch alles drin Jetzt gehen wir mal wieder nach vorne Oh, schön hier auf der Wiese Können wir eigentlich zu Fuß gehen? Ja, steht jetzt 0-1 für Manohol Oh Mann, oh Mann, oh Mann Nervt mich das schon wieder Das kann weg, das kann weg, das kann weg Das kann weg, das kann weg, das kann weg Hm, nervt mich Unwärts mich das jetzt gerade ein bisschen Aber nur so ein bisschen Geln wir nochmal dato Nein, nein. Na ja, na ja. Machen wir mal den Move hier. Wir sind da voll krass heute. Ja, ja, ich weiß, ich bin ja gerade dabei. Ich brauche jetzt mehr Kohle, weil sonst... So, jetzt geht es rund, Freunde. So, schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich durch einen Freistoß. Verdammte Kacke. So, ich möchte mal besser mal wieder aufs Spielkontenzieren. Ich brauche mehr Kohlen, das wissen wir alle. Ah, hier sind ja meine Loks. So, wie viel Sprit haben wir verloren? Nur durchs Rumstinken? Kaum was. Du warst jetzt die zwei, oder? Ja. Lösen wir doch jetzt mal den ganzen Zug aus. Und dann steuern wir Food Factory an. Das ist City, der beste Auftrag. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Food. 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 Welches Gleis brauchen wir denn hier? Food. C6. D6. Dann sollten wir uns mal kurz angucken. Food, Food, Food. C und D. Wir kommen von Nordosten. Wir werden nicht C am besten. Ich weiß nicht, welcher Teil im C jetzt steht. Wir rollen einfach mal gemütlich hier den Berg runter, weil... hmm. Warte. Warte mal. Fertig... Ja, aber mittelang... Ich würde sagen COTD ansteuern. D ist die Loading. Ja? C oder D Ist eigentlich wurscht Ich bin gerade rausgeflogen, kann das sein Moment mal kurz Irgendwas passt schon wieder nicht Scheiß, Fritzbox Entschuldigung, bin gerade hier aus dem Stream glaube ich rausgeflogen Ja, ich bin gerade aus dem Stream rausgeflogen, super Das läuft ja echt Bombe heute Sehr gute Verbindung, ich weiß aber nicht warum Ich weiß nicht warum Ich weiß nicht warum Ja, Aufnahme, kurze Pause Bis gleich So, weiter geht's Probleme haben wir gelöst Äh, wir wollten nach C6 Da ist denn der Auftrag C4 oder C6 ist völlig wurscht Das ist Auftrag FH40 Auf die Geschwindigkeit achten Mann, 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 Mann Clear, Clear, Clear Neue Route FH40 Passt 9,1 Kilometer müssen wir jetzt noch fahren Na ja, das kriegen wir hin Fernbedienung in der Hand Fernbedienung in der Hand Aber es sind nur Rollen angezeigt Das finde ich ja positiv So Ja, Stream ist kurz abgekackt Tut mir leid, deswegen Aber Die Fritzbox Halt die Klappe Fritzbox wollte nicht so, wie ich wollte Hat einfach mal gesagt Nö, nö, du Ich geh jetzt auch mal in den Winterschlaf Naja Egal Prost Ja, na gut Vielleicht finden wir jetzt den Food noch einen Auftrag Den wir annehmen können Haha Wenn wir die Kohle dafür haben Wenn wir die Kohle dafür hätten Hättet Aber jetzt drückt es erstmal von hinten Wo ist denn das? Hier ist es Jetzt drückt es erstmal von hinten schön Aber ist ja egal Wat mutlat muswa Äh, wie sieht es jetzt fußballmäßig aus? Auch wenn das Tor noch raus Oder nicht unbedingt die Luft Klar Warte Ah, warte Ah, besser Hat er im ersten Moment Die besser schauen Okay Ja, mei Passiert Passiert, passiert, passiert Passiert So Jetzt erstmal hier Geschwindigkeit immer im Auge Dann geht's los Aufnahme läuft Aufnahme läuft Ja, wir fahren jetzt noch bis zur Food Factory Town Und geben diese zwei Aufträge ab Dann mache ich glaube ich auch mal Ende Gelände für heute Weil Muss ja noch schneiden und die Folge hochlagen Und Ja, anderes wollte ich auch noch machen Theoretisch Geht ganz schön bergab hier muss ich sagen Theoretisch könnten wir auch schneller fahren Lassen wir mal ein bisschen laufen Weil es ist 70, 80 Können wir hier fahren Es ist 70, weiß ich noch Hier 60 Wechselung So Wechsel Oh krass Wir wechseln schon 40 Sollten wir auf jeden Fall fahren Wenn es da steht Entschuldigung, ich habe mich gerade abgelenkt Weil Fußball ist gerade noch hin Wir wechseln gerade Okay Gut zu wissen Schön Geschwindigkeit halten Spritspann fahren Was will man mehr So Machen wir mal hier 30 runter Ha Schön Schön ist das Leben Ah ja Ist schon so eine kleine Pracht hier Würde ich sagen Ein Stress hier heute gehabt Aber wir erreichen das hier schon Keine Sorge Aber wir müssen ja die 30 noch ein bisschen beibehalten Zwischendrin war ja mal 30 Verdammt Verdammte Scheiße So Machen wir mal unseren Roadrunner an So Oh da la la Schauen wir mal hier in den Roadrunner Der ist 60 ist nicht mehr weit ist nicht mehr weit dann haben wir es so gesehen geschafft ich sag's euch das ist heute echt mal wo will ich sagen wo und mir lupa ah ja Jetzt mache ich nicht mipp mipp, viel Kummi geben. Hat es jetzt mipp mipp gemacht? Ja, fahr mal in 40, 40 ist doch auch gut oder? Jetzt hat er was angedauert, mein Freund. Ach ja, die Stelle kenne ich doch irgendwoher, die Stelle kenne ich irgendwoher. Diese Stelle kenne ich zu gut, würde ich sagen. Da haben wir uns von sechs Wagen, fünf Wagen entgleist. Heute ist eine Aufregung in dem Spiel. So, ich würde sagen, wie sieht es denn aus? Jetzt ist mal wieder Zeit für ein Torf bei Dresden. Einfach mal so. Ja, darum waren wir auch gerade. Wir hätten auch schummeln können. Wir hätten einfach den ganzen Zug hier runtersetzen können. Gelbe Karte. Oh, schön. Noch eine gelbe, dann bist du weg vom Fenster, mein Freund. Eine Spannung heute hier. Ja, weil das kann ich nicht so alles erzählen. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, weil ich habe gerade ein bisschen Pause gemacht. Oder ein bisschen, ja, kurz Pipi-Pause und so, wisst ihr? Und, oh, tat gut. Die Blase war schon etwas voll. Kaffee, Energy, leckere Waffel war noch dazwischen. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass ich da die gegessen habe nebenbei. Ähm, schauen wir mal, was ist das? Ja, sonst kann ich euch nichts weiter erzählen. München hat letztendlich, wie gesagt, den RKG-Wert runterschritten von 50. Wir sind jetzt unter 50, soviel ich weiß. Und, hey, läuft würde ich sagen. Ja, aber Maskenpflicht bleibt in der Stadt. Leider. Leider, leider bleibt es in der Stadt. Finde ich ja lustig. Also, wir haben ja Maskenpflicht von, sagen wir mal, hier Stachos bis dahinter. So ein Dreiecksform ist da. Und, ja, das Lustige ist, am Stachos ist so ein großer Brunnen. Den kennt ja jeder von uns in München eigentlich. Wer schon bei München war, weiß es ja. Ähm, da gibt es keine Maskenpflicht. Geht man durch den Stadtbogen durch, ab da geht Maskenpflicht von 9 bis 23 Uhr. Ja. Weil die Kovittels sich sagen, von 9 bis 23 Uhr, wir geistern durch die Stadt. Und ab 23 Uhr gehen auch die Kovittels schlafen. Weil, wir müssen ja wieder frühs um 9 anfangen. Hehehehe. Und dem her, mei, ist doch schön. Ähm, ich weiß gar nicht, was ihr jetzt hinten dran hängen habt, für welche Wagen. Sonst hätten wir die gleich richtig eingereiht. Das wäre halt eigentlich auch noch eine Idee, die wir hätten machen können. Das geht auf jeden Fall nach links. Food kennen wir ja auch schon. Waren wir auch schon mal. Wir sind endlich in Food. Leute, wir sind in Food angekommen. Puh. Würde ich sagen. Puh. Puh. Aber bevor ich jetzt irgendwas mache, würde ich erst mal gerne gucken, was wir am Schluss dran hängen haben. Puh. Puh. Das habe ich jetzt nicht ganz vergessen. Die sind für City. Das wissen wir, ja. Food, 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 food. Geht mal kurz. Boah, nicht im Wasser. Mh, schön Wasser. Wir haben die Kesselwagen hinten dran. Das ist City. Nein, und? Nein. Siehste, siehste, nach C6 hat man gemusst. Also heute, heute ist der Wurm drin in der Aufnahme. Hier. C053, die müssen nach C6. Das sind die letzten. Okay. Nach C6. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mal wieder vorzappen. Ah, 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 ah. Ist schon ein weiter Weg. Vier, fünf. Aha. Wo siehst du? Machen wir es mal ganz einfach. Aktiv, gut. Clear. Nein. Nein. From last you still come. I have track. Oil, army, steel, oil, machine, military, iron, farm, food and factory town. See, ein, zwei, drei. He, 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 he. So, Freunde, danach dann, würde ich sagen. Ups. Würde ich sagen, würde ich sagen. Hier auf. Dann habe ich die Lok ausgeräte. Dann fahren wir nochmal in an C6. Wir fahren. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020